Hier einmal eine Wahrheit, die für die meisten Männer sehr unangenehm ist. Frauen lieben grundsätzlich anders als Männer. Wir Männer, wir lieben sehr idealistisch, also sehr Hollywood-mäßig, blauäugig. Wir bewundern und lieben die Frau für das, was sie ist. Und die Frauen betrachten uns Männer eher als eine Aktie. Sobald du nicht mehr die beste Option für die Frau bist und sobald sie deinen Wert nicht mehr sieht, gibt es plötzlich keine Liebe mehr. Also Frauen lieben dich nicht für das, was du bist, sondern eher grundsätzlich dafür, was du für sie tun kannst. Wie viel du wert bist. Deswegen ja eine Aktie. Und es gibt drei Fehler, die dafür sorgen, dass du als Aktie absolut wertlos bist für Frauen. Und aus diesem Grund Frauen dich entweder nicht mal mit dem Hintern anschauen, das Interesse an dir verlieren, auch wenn es am Anfang gut lief und immer weniger investieren, bis deine ganzen Chats, Gespräche und Dates im Sande verlaufen. Oder dich aber in Beziehungen überhaupt nicht wertschätzen, nicht auf dich hinaufschauen und dich einfach irgendwann total respektlos und schlecht behandeln, dich verlassen, fremdgehen und diese ganzen Dinge. Der erste Fehler ist fundamental. Und dieser ist dein Mindset. Weil es gibt da draußen eine Denkweise, die dafür sorgt, dass du im Leben ein absoluter Loser bleibst. Vor allem im Bereich Frauen. Also ernsthaft, wenn du so denkst, ist es absolut unmöglich, exorbitant geile Ergebnisse im Leben zu erzählen. Guck mal, es geht darum, dass du eine eigene Meinung hast und diese auch nicht bereit bist zu ändern, obwohl du nicht erfolgreich bist. Ich gebe dir einmal ein Beispiel, welches verdeutlicht, wie das gemeint ist. Ich telefoniere hier tagtäglich mit Männern. Ich berate Männer und ich weiß mittlerweile die ganzen beschissenen, dummen Ausreden in- und auswendig. Guck mal, ich bekomme zum Beispiel zu hören, Online-Dating funktioniert nicht. Weil da wird jede Frau von 100 Männern angeschrieben. Außerdem sehe ich nicht gut genug aus. Ich habe auch keine Fotos mit Porsche. Und, 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 und diesen ganzen Shitload an Ausreden. Und dann stelle ich eine Gegenfrage. Okay, wie kommst du denn darauf? Ja, ist so meine Erfahrung. Habe ich bei anderen auch so gesehen. Okay, alles klar. Zeig mir mal dein Profil. Dann gucke ich mir das Profil des Mannes an, der diese ganzen Ausreden hat. Und stelle fest, ist er absolut scheiße. Irgendwelche Selfies oder auch überprofessionelle Fotos, was genauso wenig funktioniert. Also einfach ein beschissenes Profil, mit dem es nur logisch ist, dass du keine Matches hast, dass Frauen dir nicht antworten im Online-Dating und so weiter. Und dann sage ich ihm, zeig mir mal deine Chats her. Was schreibst du denn so mit Frauen? Und dann lese ich da, hi, wie geht's? Ich finde dich hübsch. Ich möchte dich kennenlernen. Was sind deine Hobbys? Was machst du beruflich? Dieser ganze Bullshit, der dafür sorgt, dass Frauen dir nicht antworten. Und dass du keine Dates hast und dass nichts bei dir funktioniert. Und jetzt finde den Mindset-Fehler. Die Wahrheit, die echte Situation objektiv betrachtet ist ja, da ist ein Typ, der hat absolut versagt im Online-Dating, weil er es komplett falsch macht. Er hätte es richtig machen können, hat er aber nicht getan und deswegen hat er keine Ergebnisse. Aber das Problem ist, dass er denkt, dass Online-Dating grundsätzlich nicht funktioniert. Dann heißt das auf einmal, die Frauen sind schuld, die sind gar nicht da, um ernsthaft irgendwie sich mit Männern zu treffen. Oder ich sehe nicht gut genug aus, ich habe nicht genug Matches, weil ich kein Porsche und kein Geld habe, weil ich zu klein bin. Diese ganze Schwachsinn. Aber diese Meinung von diesem Mann ist doch komplett irrelevant an dieser Stelle, weil er nur falsch über das Thema denken kann, weil er eben keine Ergebnisse hat. Das geht nicht. Deswegen bilde dir keine Meinung zu Themen, wo du keinen Erfolg drin hast. Das macht keinen Sinn. Geh doch lieber stattdessen so ran, dass du sagst, ey, ich bin eine absolute Fluppe in diesem Thema, ich habe noch keinen Erfolg erzielt, deswegen habe ich keine Ahnung davon. Weil diese Einstellung sorgt für eine gewisse Offenheit und Bereitschaft dafür, etwas zu ändern, weil du weißt es ja nicht besser. Deswegen hast du in diesem Bereich versagt. Anderes Beispiel. Typische Ausreden von Männern, jetzt nicht zum Thema Online-Dating, sondern allgemein zum Thema Frauen-Beziehung Partnerfindung. Ich bin zu hässlich, ich sehe nicht gut genug aus und deswegen habe ich keinen Erfolg bei Frauen. Was denkst du, wie oft ich mir diesen kindischen, oberflächlichen Schwachsinn am Tag anhören muss? Guck mal, sagt so ein Typ, das ist der Grund, warum ich keinen Erfolg bei Frauen habe, weil ich zu klein, zu hässlich, zu was auch immer bin. Und meine These ist, du bist nicht selbstbewusst genug. Also guck dich mal an, du bist nicht schlagfertig, du kannst nicht kontern, du kannst nicht necken, du kannst nicht flirten, klar klappt es nicht bei dir. Und dann spielen wir die Situationen einmal durch, die ihm in der Vergangenheit passiert sind. Ich beleuchte so ein bisschen seine Vergangenheit und da kommt raus, der ist schüchtern. Und wenn du schüchtern bist, weil du es noch nicht wusstest, wenn du schüchtern bist, hast du keine Chance bei Frauen. Frauen verabscheuen schüchterne Männer, auch wenn die was anderes behaupten. Die schüchternen Männer, die sind so süß, so toll. Nein, guck dich in der Realität um. Keine Frau respektiert schüchterne Männer, die nicht die Fähigkeit haben, auf andere Leute offen zuzugehen. Du musst so eine gewisse Dominanz, so ein Selbstbewusstsein und ein Charisma entwickeln, um attraktiv für Frauen zu werden. Anders funktioniert es nicht. Und das ist der Grund, warum du keinen Erfolg bei Frauen hast. Und klar ist es jetzt einfacher, sich in die Opferrolle zu stellen und zu sagen, ja, guck dir mal meine Visage an. Ich sehe nicht gut genug aus oder die Natur hat mich halt paar Zentimeter zu klein gemacht. Oder mein Kontostand, irgendwelche Dinge, die du nicht so beeinflussen kannst, die außerhalb deiner direkten Verantwortung liegen. Und dann ist es deutlich einfacher für dich, in diese Opferrolle zu gehen, das auf irgendwelche externen Faktoren zu schieben. Aber das ist ja nicht die Wahrheit. Das ist einfach nur eine Realitätsflucht, die du da begehst. Der wahre Grund ist, du weißt es nicht, wie es besser geht. Du hast einfach versagt in diesem Lebensbereich. Vielleicht weißt du nicht, wie man mit Frauen redet. Vielleicht funktioniert Online-Dating bei dir nicht, weil du einfach über irgendwelchen irrelevanten Nonsen schreibst, dein Profil beschissen aussiehst. Du hast überhaupt keine Ahnung, wie dieses Thema halt funktioniert. Aber dann gib das doch einfach zu vor dir selber, anstatt da dir irgendwelche Ausreden auszudenken. Von wegen, ich bin zu klein, zu hässlich, zu arm oder was auch immer. Nehmen wir noch eine Sache. Sagen wir, du bist ein schüchterner Typ. Jetzt könntest du natürlich sagen, ey, aber ich bin halt so. Wie soll ich denn anders sein? Ich bin halt keiner von diesen Machos oder Arschlöchern oder was auch immer. Sondern ich bin so, wie ich bin. Ich bin schüchtern. Ich kann mit Druck nicht umgehen. Ich bin direkt gestresst, wenn mich jemand konfrontiert. Aber diese ganzen Dinge, von denen wir hier sprechen, Durchsetzungsfähigkeit, Dominanz, all diese Dinge, das sind keine Charaktereigenschaften. Das sind einfach nur Fähigkeiten. Du kannst auch nicht sagen, ja, ich kann halt keine 100 Kilogramm beim Bankdrücken machen. Ja, so bin ich nicht. Ja, so bist du nicht, weil du es noch nie gemacht hast. Du warst noch kein 100 Mal im Fitnessstudio und hast das versucht und dich immer wieder gesteigert. Oder du sagst zu mir, ich kann keine Vorträge halten vor Menschenmengen. Wie oft hast du es gemacht? Hast du es 100 Mal gemacht schon? Nein? Natürlich kannst du das nicht. Was erwartest du denn? Das ist einfach nur Übung. Diese ganzen Dinge wie Durchsetzungsfähigkeit, Dominanz, Schlagfertigkeit, Charisma. Das ist alles absolut erlernbar. Was meinst du, womit wir hier unseren Lebensunterhalt verdienen? Wir sorgen dafür, dass Männer sich komplett transformieren von so einem schüchternen, eher soften Typ, der nicht die Fähigkeit hat, auf den Tisch zu hauen, der sich nicht durchsetzen kann, zu jemandem, der diese ganzen Dinge im Schlaf beherrscht. Klar, dauert ein bisschen, wird jetzt nicht direkt nächste Woche so sein. Aber zwei, drei, vier Monate realistisch betrachtet, kannst du eine Entwicklung hinlegen, wie du es dir jetzt nicht vorstellen kannst. Aber der Sinn hinter dem Ganzen, was ich dir hier erkläre, ist, dass du einfach deine eigenen Ausreden nicht schluckst. Weil ich habe wirklich genug davon, mir diesen Schwachsinn anzuhören, von irgendwelchen Leuten, die gar keine Ahnung haben, weil sie es nicht besser wissen. Ich bin zu klein, zu arm, ich bin halt so, wie ich bin. Willst du jetzt ein Mitgefühl, soll ich dir ein Taschentuch bringen? Du bist in der Verantwortung. Wenn du kein Ergebnis hast, dann gehst du einfach so ran, dass du sagst, jo, ich habe keine Ahnung von diesem Thema, ich bin eine Fluppe, was das angeht. Deswegen kann man es ja lernen. Das ist die richtige Einstellung. Das ist der erste Fehler. Der zweite Fehler, der Männer dazu bringt, absolut erfolglos beim Thema Frauen zu sein, ist, dass sie nicht wissen, wie sie durch eigene Kraft, ohne Einfluss, ohne Schicksal, ohne Glück, ohne gar nichts, Frauen kennenlernen können. Guck mal, du kannst, wenn du es wirklich ernst meinst, wenn du erfolgreich bei Frauen werden willst, du kannst dich nicht darauf verlassen, bei deinem Arbeitsplatz, auf der Arbeit, bei deinen Freunden, in deinem Bekanntenkreis oder auf Partys, Diskotheken oder so, Frauen kennenzulernen. Das ist total dämlich. Du kannst dich doch nicht bei so einem wichtigen Lebensbereich vom Schicksal und vom Glück abhängig machen. Das, was du brauchst, ist eine Art mentale Sicherheit, dass du die Fähigkeit hast, jederzeit neue Frauen kennenzulernen. Ohne Schicksal, ohne Glück, ohne Zufall, sondern durch eigene Mühe, eigene Energie und eigene Kraft. Guck mal, du kannst dich doch nicht ernsthaft darauf verlassen, dass du mal beim Feiern gehen eine halbbesoffene Frau kennenlernst. In irgendwelchen Bars, in Nachtclubs, in der Disco, was weiß ich. Oder in deinem Freundeskreis, dass zufälligerweise mal eine dabei ist, die dir gefällt. Oder auf deiner Arbeit oder bei deinen Bekannten, wo auch immer. Es ist doch absolut lächerlich, als ein ernstzunehmender, erwachsener Mann, sich auf sowas zu verlassen, sorg dafür, dass du die Fähigkeit hast, ohne diesen ganzen Zufall und dieses Glück, dieses Schicksal, Frauen in dein Leben zu ziehen. Weil du musst einfach so weit sein, zu wissen, ich investiere jetzt vielleicht ein, zwei Stunden meiner Zeit und für diesen Zeitaufwand bekomme ich eine Frau raus, die Bock auf ein Date mit dir hat. Das muss passieren. Das muss passieren. Du hast sonst keine einzige Chance, jemals so wirklich gut mit Frauen zu werden. Auch wenn es dir um eine langfristige Beziehung geht, was hier meistens der Fall ist. Weil wir beraten in der Regel keine Leute, die einfach nur 100 Frauen flachlegen wollen. Sowieso, wenn du mich fragst, ein ziemlich weirdes, abgefucktes Ziel. Wir beraten Leute, die eine Beziehung wollen. Und wenn du eine Beziehung führen willst, die sich nach zehn Jahren immer noch so anfühlt, wie als ob ihr frisch verliebt werdet, dann musst du wissen, ey, die Alternative, wenn diese Beziehung jetzt nicht funktioniert, ist nicht, dass ich so eine lange Durchstrecke habe, sondern ich kann neue Frauen kennenlernen, weil ich kann das, ich habe diese Fähigkeit. Und da gibt es nur zwei relevante Möglichkeiten für dich, wie du Frauen kennenlernen kannst. Möglichkeit 1, du lernst, fremde Frauen, mit denen du noch nie geredet hast, anzuquatschen. Und so in dein Leben zu ziehen. Zum Beispiel, wenn du im Supermarkt eine triffst, durch Zufall, oder wenn du mal einfach unterwegs bist von A nach B, wenn du zum Bäcker gehst, wenn du dir was zu essen bestellst, in einem Restaurant, wenn du mit Freunden unterwegs bist. Gelegenheiten gibt es genug. Voraussetzung dafür ist, du hast nicht jetzt das allerlangweiligste Leben, weil dann wird es ein bisschen schwieriger. Aber auf jeden Fall ist das eine Sache, die funktioniert. Vorteil, du wirst dadurch ziemlich schnell sehr selbstbewusst. Nachteil, du brauchst viel Überwindung. Ganz ehrlich, es ist für die meisten Menschen da draußen schwer, auf andere Leute zuzugehen, die sie noch nicht kennen, ihnen ein Angebot zu unterbreiten. Deswegen, da muss auch mindsettechnisch so ein bisschen was bei dir passieren, bis du das wirklich gut kannst. Möglichkeit Nummer 2 ist Online-Dating. Weil Online-Dating ist so eine Maschinerie, wenn du weißt, wie man die richtig bedient, dann hast du einfach so locker 1, 2, 3 Dates pro Woche mit Frauen, auf die du einigermaßen Bock hast. Und da ist mindestens eine dabei, wo du dann sagst, ey, das ist so eine Art Seelenverwandte, die gefällt mir so richtig. Und jetzt kommen diese ganzen Vorbehalte über das Online-Dating. Also es ist unglaublich, was die Leute über Online-Dating denken. Die glauben, dass da nur komische Frauen rumlaufen, weil da eigentlich ganz normale Frauen rumlaufen, wie im Alltag auch heutzutage. Du musst halt an den richtigen Stellen suchen und dein Profil an die richtigen Frauen anpassen und nicht an irgendwelche aufmerksamkeitsgeilen, möchtige an Insta-Models. Ja, weil diese Zielgruppe funktioniert überhaupt nicht im Online-Dating und das sind absolut schlechte Frauen, mit denen willst du nichts zu tun haben. Oder es ist komisch, eine Beziehung, was Ernsthaftes aus dem Online-Dating zu ziehen, was auch Schwachsinn ist. Das ist so ein oberflächliches und sehr, sehr dummes Vorurteil. Dass im Online-Dating es nur irgendwie um Spaß geht, nur um eine schnelle Nummer, weil so ist es nicht. Wie gesagt, das sind ganz normale Frauen, die ganz normale Männer wie dich kennenlernen wollen. Also vergiss diese ganzen dummen Vorbehalte und komm mir nicht mit, ja, aber es hat in der Vergangenheit nicht funktioniert. Dein Online-Dating ist wahrscheinlich absolut scheiße. Dein Profil ist sehr schlecht, deine Texte da stimmen nicht, du schreibst über die falschen Dinge. Wahrscheinlich matchst du auch die falschen Frauen und dir fehlt dieser Filter, welche Frauen überhaupt datebar sind und welche nicht. Also Online-Dating lohnt sich nur, wenn man es kann, wenn nicht, dann lass es sein. Wir können dir zeigen, wie es geht. Ja, das machen wir schon seit sieben Jahren. Ich habe sogar mit Online-Dating damals angefangen. Also lange Rede, kurzer Sinn, das ist die zweite Möglichkeit. Erste Möglichkeit, du quatschst Frauen an. Zweite Möglichkeit, du machst Online-Dating. Kannst dir aussuchen, was dir am besten gefällt, was so deine persönliche Präferenz ist. Jetzt kommen wir zum dritten Fehler. Den habe ich dir vorhin schon so ein bisschen angespoilert. Der dritte Fehler ist, du bist ein schüchterner Softie, der nicht die Fähigkeit hat, sich durchzusetzen, offen auf andere Leute zuzugehen. Ja, hier kannst du dich ganz einfach selber erwischen. Wenn du eine Gruppe von neuen Leuten kennenlernst, du wirst vielleicht neuen potenziellen Freunden, bekannten Arbeitskollegen vorgestellt, wie trittst du jetzt auf? Bist du so dieses leise, schüchterne Mäuschen, was in der Ecke steht, so ganz vorsichtig erstmal beobachtet und sich nicht traut, wirklich aus sich rauszukommen und nicht den ersten Schritt macht? Oder bist du der Typ, der die Leute einander vorstellt und der einfach direkt präsent und sichtbar in einem Raum voller Leute ist? Wer davon bist du mehr? Ja, und komm mir bitte, bitte, bitte nicht mit. Ja, ich bin halt so. Ich bin introvertiert. Mein Lieber, Introversion bedeutet, dass du Energie daraus ziehst, allein zu sein. Das bedeutet nicht, dass du ein schüchterner Softie bist. Ich bin auch introvertiert. Ich bin absolut introvertiert. Nicht komplett, also geht noch schlimmer. Und es hat sich auch gebessert mittlerweile, wobei es weder positiv noch negativ ist, hat beides Vor- und Nachteile. Aber ich brauche sehr viel Zeit alleine und ich bin kein geselliger Typ, so außerhalb meiner Arbeit bin ich echt so ein richtiger Einsiedler. Wenn ich hier raus bin aus dem Büro, dann bin ich sehr schwer zu ihm, weil ich ein Treffen zu bekommen, einfach weil ich sehr, sehr viel Zeit alleine verbringe. Ich höre mir auch Fantasy-Hörbücher an den ganzen Tag und brauche sehr viel Abstand. Ich habe mir sogar jetzt eine Villa gekauft mit meiner Partnerin zusammen und wir haben da beide getrennte Wohnungen, weil ich so viel Zeit für mich allein brauche. So introvertiert bin ich. Also komm mir nicht mit diesem Schwachsinn, dass du introvertiert bist oder so. Das hat nichts damit zu tun, dass du ein schüchterner Softie bist. Guck mal, es gibt da draußen sowas wie maskuline Eigenschaften. Diese maskulinen Eigenschaften, die sind eben Durchsetzungsfähigkeit, Dominanz, diese Fähigkeit, einfach die harte Wahrheit auszusprechen und jemandem auf den Schlips zu treten, wenn es mal notwendig ist. Anstatt alles so blumig drumherum zu labern, einfach auf den Punkt kommen und ehrlich sein. Einfach eine harte, klare Kommunikation beherrschen. Nicht, dass du das immer machen musst. Ich bin ja auch nicht immer so unnötig hart bei jeder Gelegenheit. Ich kann auch ein ganz netter, freundlicher Typ sein. Aber wenn es mal darauf ankommt, wenn es darum geht, was einzufordern, wenn jemand deine Grenzen überschreitet, dann musst du in der Lage sein, das zu klären. Und zwar auf eine maskuline Art und Weise. Und das sind halt Sachen, die kannst du erlernen. Charisma, Selbstbewusstsein, Durchsetzungsfähigkeit. Diese ganzen Dinge, die sind erlernbar und das checken die meisten nicht. Die halten das für irgendwelche Charaktereigenschaften, wobei es halt nur irgendwelche Ausreden sind, um sich selber weiter in der Opferrolle suhlen zu dürfen. Oha, ich ärmste, ich hab's so schwer. Und die anderen, die haben's so leicht. Die sind von Natur aus selbstbewusster. Diese bösen Machos, ja, die sind anders aufgewachsen. Meine Mami hat mich allein erzogen, mich übrigens auch. Und deswegen bin ich halt so, wie ich bin. Ich hoffe, dass diese ganzen Ausreden, die im Hals stecken bleiben, weil die bringen dir nichts. Und die sorgen dafür, dass einfach keine Frau auf diesem Planeten dich als wirklich attraktiv wahrnimmt. Weil wie soll man einen Mann überhaupt ernst nehmen als einen Erwachsenen, der nicht mal in der Lage ist, Verantwortung für sein eigenes Versagen zu übernehmen. Ja, Verantwortung bedeutet vor allem nicht Verantwortung für deine Erfolge, was du alles Tolles geleistet hast, sondern die Verantwortung für dein Versagen. Also schieb das nicht auf irgendeinen Schwachsinn wie dein Äußeres, dein Kontostand oder was weiß ich, was diese ganzen Loser da draußen so gerne machen, sondern übernehme die Verantwortung. Du weißt einfach nicht, wie es besser geht. Du könntest es auch lernen. Dann hättest du schon in den nächsten ein, zwei Wochen vielleicht deine ersten Erfolge und würdest dein Leben verändern. Und der Umstand, dass du das nicht machst, ist alleine deine Entscheidung. Mach dir das einfach bewusst. Wenn du was ändern möchtest, dann können wir beide in einem komplett kostenlosen Beratungsgespräch einmal miteinander uns unterhalten und besprechen, was die nächsten konkreten Schritte für dich sind, damit du deine ganzen Probleme im Bereich Dating löst, in den nächsten Wochen richtig viele Dates hast und dauerhaft eine Partnerin findest, die wirklich zu dir passt. Weil wir haben das jetzt in den letzten sieben Jahren mit über 2000 Männern gemacht. Weißt du, wie viele das sind? Und ich rede nicht von irgendwelchen Videokursen. Ja, weil wenn die Leute sagen, ich habe mit so vielen Leuten zusammengearbeitet, dann meinen die oft so, dass die irgendwelche Bücher da verkauft haben und 2000 Leute das gekauft haben. Nein, ich meine mit 2000 Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, wirklich Kunden, die ich persönlich betreut habe. Und wir haben so eine Erfahrung, das kannst du dir nicht vorstellen. Also es ist machbar. Lass deine ganzen Ausreden direkt stecken. Wenn du was ändern möchtest, dann klick auf den ersten Link in der Videobeschreibung, mein Lieber. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Bis dahin.